Oh, dann fang ich ja doch mal von vorne an, wenn ihr so inkompetent seid. Ähm, seid ihr bereit? Oh, sie zählt schon, oh Gott. Wow. Wirklich jetzt? Ja, mach doch, ich kann's euch nochmal machen, ich nehm auf. Ja, 3, 2, 1, go. Hallo und herzlich willkommen bei Minecraft. Ich nehm zwar nicht auf, aber ich darf die Antwort heute machen. Und zwar, mit dabei sind der Sascha. Hallo. Der ein bisschen deprimiert ist. Dann der Storm. Der auch nicht aufnimmt. Doch. Ich nehm auch. Okay. Aber ist niemals veröffentlicht. Der Sonic mit K. Fick dich. Aber hallo. Und der ist Zedek. Hallo. So, bei dem sagst du nichts oder was? Ich versteh schon. Ich versteh schon, dass ich das richtig letzte Mal bestützt hab, während alle dein Gasthaus in die Luft jagen wollten. Was? Die da Kug ausbauen wollten und dass wir dann nach Eröffnung in die Luft jagen wollten. Ja, ne? Das hat das immer mal früher gesagt. Oder waren das etwa, oder andere gewisse Gestalten? Ich weiß nicht. Ich war das nicht. Das ist der Zedek. Nee. Ich erinnere mich dann gar nichts. Das ist der Zedek. Ich weiß nicht mal, was es zum Frühstück gab, Leute. Sowas könnt ihr mir doch nicht irgendwie... Bacon mit Ei. Oh, das wär geil. Tatsächlich hab ich nur ne Packung Bacon. Weiß. Isst du auch morgen früh. Ja, morgen vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Isst du morgen früh. Dann entschieden. Okay. Ja. Mein Meister. Die Druckplatten sind da mal mega nervig, Leute. Kann auch dir keine Sorgen, mein Tempel liegen auch welche. Weil wo? In meinem Tempel sind da auch welche. Warum? Aber weißt du, dass du in meinem Tempel nix bringst, weil ich weiß, dass da kein TNT drunter sein kann. Ja, ich bin schon auf jeder draufgetreten, du. Ja, aber beim Tempel kann es halt nicht sein, weil unten drunter sind wir Kett. Das nenn ich mal viel Kupfer. Danke für die quasi drei Stacks. Wer? Malek? Will auch was abhaben, Leute. Nein, Quatsch. Ich hab meine, meinen Dings nachgeguckt. Irgendwie ist er jetzt zum Malek. Ich hab ja aus meiner Quarry hab ich da jetzt... Was macht das? Was macht ihr? Nichts, gar nichts. Könnt ihr mal aufhören, jetzt irgendwelche Sachen bei Leuten zu machen, die nicht da sind? Wir machen doch gar nichts, Alter, wir machen doch nicht. Wieso ist das nicht so, als hätte ich das beim letzten Mal, äh, vorletztes Mal nicht schon gemacht? Ja, nicht so, als habe ich das noch nicht gemacht, aber ich werde es auch nicht machen. Wie viele Leute haben Alex und seine Aufwesenheit jetzt schon getrollt? Ich. Ich. Ja gut, also wir haben's. Ich weiß nicht mal, wo der wohnt. Schon. Da, wo sein Haus schläft. Wow. Da, wo sein Haus schläft? Ja, das Haus muss auch schläft, man ist müde. So wie du. So, machen wir ihn jetzt hier. Äh, wo war ich denn stehen geblieben? Ach ja, genau, wir haben ein Haus gebaut. Äh, da ich nicht aufnehme, mach ich aber ganz kurz, sorry. LOL. Sascha ist raus, es ist eins. Alles klar. Das ist nicht spielbar so, das macht absolut keinen Spaß, ich lad mir kurz die neueste Version Java runter. Vielleicht kannst du ja dann die zweite Folge aufnehmen. Ja, vielleicht, nur gucken, das ist der Plan. Müssen wir heute acht Folgen für das Sascha aufnehmen. Ach, Quatsch. Das hat gar keinen Sinn. Das ist dann einfach einfach. Ich weiß. Ich habe trotzdem ein wenig gemacht. Ich weiß. Ich finde allgemein, dass wir heute sogar weniger machen. Ich will schlafen. Du kannst das gerne eher gehen, wenn du nicht aufnimmst. Sascha. Mal gucken. Auch wenn ich dann enttäuscht von dir wäre. Mal gucken. Sind wir auch so? Wow. Wow. Das ist ja auch eigentlich, aber das Wort eigentlich ist immer so eigentlich ganz schön doof für den Satzpaar. Nö, ist schon richtig. Es wirkt, also zeigt deine wahren Absichten nicht und man kann sie immer schön vertuschen. Okay. Eigentlich. Das ist ein Deathpoint direkt bei Malek's Hütte. Ich habe ein Waypoint, also passt schon. Beides nicht. Huiiii. Ich will damit etwas von mir aus. Okay. Eigentlich wollte ich ja noch die Bude heute in die Luft haben. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Habe viel zu tun. Welche Bude? Von. Oh mein Gott. Von der I. Malek's. Der I. Das ist der I. Wie mache ich das jetzt nochmal? Ist schade, dass er meine Minitrolls nicht zu sehen bekommt. Ja, ich auch. Liebe Leute, sieht leider so aus, müssen wir hier natürlich sagen. Dass der gute The I. Malek's vielleicht nicht mehr zurückkommt. We're gonna give you up. Das macht uns alle sehr traurig. Er ist nämlich gestorben. Alter. Du bist so behindert manchmal. Du war echt, Alter. Der gute Joghurt Niveau. Hört besonders gut von Nivea. Er ist gestorben. Alter. Vielleicht dir den Herzen von einigen. Nö. Was für ein Herz? Das stimmt. Ich hab nicht mehr eine Seele. Ja, wie soll ich dein Herz haben? Eben, also echt. Ich bitte informiere dich besser, bevor du das Ding des Mose äußerst. Und die Katzen? Da ist Kühe. Ich hab da Blöcke raus, die rauslaufen können. Platziert, dass die in der ganzen Bude von dem rumrennen. Das funktioniert nicht. Ah, guck mal, hier wollten wir doch mal gucken. Ich dachte, das ist so das Letzte, was ich machen kann, um ihn zu ärgern. Boah, das ist so schlimm. Ach, komm. Ach, komm. Komm, gib mal her. Gib mir. Ah, da rennen die Kühe schon überall rum, schön. Hast du sie gesehen? Äh. Ah, wo ging es nochmal ins Lager? Hier runter. Einmal in Druckplatten noch. Hallo. Hi. Ah, findest du nicht schön? Naturgetreu hier oben? Ja, die typischen wachsenden Druckplatten. Ja, natürlich. So, ich hab gehört, der hat noch irgendwo was, was ich brauch. Was brauchst du denn, Stone? Sollen wir mal verteilen? Hier, den Streck hier brauch ich. Was? Ja, diese Marble ist das. Weißt du, ich hab beim letzten Mal irgendwelche gesehen. Aber er hat so eine komische Verteilung. Irgendwer brauchte doch Redstone. Ja, hier mal. Ja, hier, den Sonic, glaub ich. Nö. Ach, Redstone, ne doch. Ja, was jetzt? Oder möchte jemand die Eimer haben? Redstone wäre nett. Nö, ich hab da M20. Kannst du mir was mitbringen? Ist doch jemand steilig. Okay, das musst du dir schon selber abholen, du. Und nicht. Ist schön, wenn du nicht willst, das ist ja dein Thema. Ja. Ich komm jetzt nicht zufällig gerade vorbei. Ich hab nämlich heute einiges leider zu erledigen. Hat nämlich Enderperlen? Ich bräuchte ein paar Enderperlen. Du musst nur bei Monsterloot gucken. Kohle. Richtig, hast du das vor, was ich denke? Ist echt witzig. Ich weiß es nicht. Mach das mal. Ich find das wirklich lustig. Ich weiß aber nicht, was du glaubst, was ich glaube vorzuhaben. Dann glaub mal das, was ich vorhabe. Moment, nee, dann, warte mal. Alter, du, Rubber mitnehmen. Glaub das, was ich denke. Ich hab die letzten Resins gerade eingepasst, Dom. Was wir letzte Folge geredet haben. Die sieben Sticky Resins habe ich eingepasst. Kannst du gerne? Du, Rubberberst, kannst du auch haben. Ich hab mir daheim eigentlich Rubberbäume, aber warum nicht? Du weißt ganz genau, was ich denke. Was brauchst du denn jetzt? Ich weiß nicht, was du denkst. Ich guck nur, aber eigentlich brauch ich nichts davon. Ich brauch Enderperlen, glaube ich, für, ähm, ah, wie heißen die Dinger nochmal? So Kugeln. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Alter, er hat mir vorhin so ein Mikro-Eisen. Ich kann dir das auch nicht davor stellen. Irgendwas in seinem Ofenraum noch was? Oh, verdammt, da ist echt alles in den Ofen. Hast du den Ofenraum schon mal gesehen? Ja, hab ihn mal gesehen. Aber es war mir zu anstrengend, ihn durchzugehen. Ja, es ist selten. Es ist sogar die Decke, es ist in den Ofen. Guckt, Fisch. Wer noch Cobblestone braucht, da ist auch noch genug drin. Nee. Jo. Auch oder? Jo. Kannst du es mir ja mitnehmen im Stamm. Nein, das ist zu viel. Ich kann es nicht mitnehmen. Du brauchst keine Sau, ey. Echt ne komische Sortierung. Ja. Boah, das Leder nehm ich mal mit. Eier wären was für Amy, oder? Ja. Braucht ja keine mehr. Ach so, okay. Männlichte noch. Minde und so. Er hat was falsch sortiert. Da oben ist ein Uranohr drin. Und hier ist auch noch neun Uranohr drin. Sech Uranohr drin in der Mitte. Wie kann er den Fehler nur gezahnen haben? Ja, er hat das schon verdient, deswegen fledern. Mio. Gunpowder. Ist aber vielleicht witzig. Pfff. Gibt's da auch Schlitzohr? Pfff. 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 Sand und Glas, das ist geil. Das brauche ich alles. Was ist nix in der Putze? Naja, offensichtlich. Flins kann man auch mal mitnehmen. Mio. Scheiße. Oh nö. Willst du die Katzen umbringen? Nein, das könnte ich nicht. Wollen wir Günther noch töten, oder wollen wir Günther am Leben lassen? Ihr müsst Günther retten. Willst du sein letzter Portal abbauen? Das bringt ja nix. Ja, doch. Kriegst du Dings. Warte, hier, du kannst das auch... Dings? Das ist so. Ey, ich... Ebu. Wo soll man weggehen eigentlich komplett? Kann ich das Glas eigentlich abbauen? Oh, ich kann die Glasblöcke abbauen. Ne, ich kann's abbauen. Ja, wenn du da wieder einen Silk Touch space möchtest. Ne, ich wollte es nur mal ausprobieren. Ne, ich werde das Ding nicht abbauen. Aber ich nehm die Türen mit. Kann ich für Dimensional Doors benutzen. Viel Spaß damit. Gibt's hier sonst nichts? Lame, Alter. Das ist ja doof. Na, guck mal, er hat hier noch irgendwelche Maschinen. Fischer. Er hat eine Fishing-Maschine. Und die ganzen Fakirne hinten. Nein, nein. Warum nicht? Das ist ja... Das ist echt. Das ist eine Fischermaschine, das sag ich nicht immer. Fischery. Fischermansfriend. Hallo, Katze. Viel Spaß weiterhin hier. Oh, oh. Oh, guck mal, hallo. Jetzt aber. Six. Jetzt wird die Wände aufbauen von ihm. Wow. Guck mal, habe ich Melonen daheim? Ich glaube nicht. Das ist keine Melonen. Was ist denn mit dir los? Ich glaube nicht, bin mir nicht sicher. Leute, bitte was? Bitte was? Gewitter? Gewitter? Brauchst du Uran? Äh. Das weiß ich nicht. Ich meinte auch Tony. Ja, brauche ich. Auch immer Uran. Richtig. Du bist gut aufgepasst, Storm. Ah, er hat Kartoffeln. Geil. Ich habe noch keine, deswegen. Jetzt ist er auch vor, wie mitnehmen kann. Oh, Kohle. Oh, guck mal, hier oben sind noch Maschinen. Oben? Ich glaube, da steht eine Quarry oder so. Nein, eine Factory Machine Blob. Okay, so viel hat er dann doch nicht. Ich hätte das Silk Touch mit so. Gibt es denn da? Dein Glück, dass ich das habe. Auto-Crafting. Oh, die Redstone-Engines. Oh, das war's. Die Redstone-Engines. Ne, nehm so ruhig, wie du bist. Ich brauche die jetzt so dringend. Ich brauche mal immer wieder die Dinger. Oh, die Kabel, Alter. Was ist denn mit dieser Werkbank? Ich bringe immer so auf den Weg. Ja, den kannst du automatisch craften. Also, wenn da ein Kabel reingeht mit den Dingern. Was machen willst du zum Beispiel Holz? Wenn du da immer Holz reinpumpst, stellt der automatisch daraus Türen her zum Beispiel. Und die kannst du wieder raustransportieren. Okay, klingt lame. Rob, für manche Sachen ist das ganz okay. Ach ja, er hat hier unten noch seine komische... Na, das, was die ganzen... Na, alles abbaut. Crabbing. Genau. Die packe ich ein. Warte, guck mal erst in die Kisten. Die ist leer. Okay. Was sind das für Engines? Oh, ne, doch leer. Okay, leer ist es der. Ich doch nicht. Guten Auto-Crafting-Tier. Ich weiß gar nicht, was der wert ist. Weiß ich nix. Äh, Woodgear. Geil, ist der viel wert. Ach, ich ja. Ich hab halt keinen Platz mehr. Und das kann ich mit dem... Mit den Sterling-Motoren kann ich sowas aufbauen hier? Das ist ganz schön tief. Na, ich geh lieber mal vom Rand weg. Da-da-da. Mit Sterling-Engines... Ja, da kommt... Äh, Kohle rein. Ja, ja. Ich serbe auch so welche. Aber das geht? Tatsächlich mit Sterling-Engines kannst du sowas betreiben. Ja. Äh... Interessant. Ja. Na gut, dann hab ich, glaub ich... Geh nochmal ganz runter. Oh, hallo. Ich glaub, da ist auch nix mehr viel. Ich hau ab. Oh, fuck. Danke, Malek, für die Ressourcen. Nett von dir. Bist du noch ne Katze? Gerne. Hätt ein cool, komisches Minensystem. Ja. Dann ja auch ein komisches Lagersystem. Ja. Das ist leer. Das heißt nicht mehr zu lagern. Wer Steine braucht, kann der noch holen. Oder Erde. Ne, Erde nicht. Hey. Hey. Was ist denn jetzt? Hey. What the fuck? Das ist teilweise gar nicht so einfach zu bauen. Ihr alle Mann, ihr's klaut. Hey. E. 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 F. Welche Mangos. Das ist ein Rassismus, Amy. Du musst Unterstützung hier nicht in der Geoddien. Richtig mal. Doch, wenn dann nur gegen Schwarz. Yo. Ich wollte erst mal was nach Hause. Ich werde mich von dieser Aussage. Hey, er hat sie doch eingeführt. Bitte? Was hat er eingeführt, Amy? Gewitter? Was ist die Aussage? Eko? Aussage? Aussage? Ich denke, dass man Aussagen einführen kann. Wo rein denn? Weiß ich nicht. Das hab ich ja überlegt. Ja, komisch, ne? Ich will immer andere Sachen woanders sein. Ich weiß auch nicht, was diese Amy damit meint. Eeeh. Nee, das war ja nicht. Solche Mongos, ey. Diese Andrea. Solche Mongos. Eeeh. Das ist doch einfach so witzig. Ah, warum hab ich das gemacht. Frag ich mich auch. Was? Wann wurdest du geboren, oder? Nee, ich hab TechEd gerade einmal neu installiert. Dadurch ist mein Texture Pack weg und alles. Das ist doch keine gute Idee, Sascha. Wow, Sascha. Hat sich geklappt nach dem Java-Update, oder was? Ich hatte die neueste Version. Oh. 18.19. Von was hattest du, ey? Oh Gott, wieso? Ey. Ja, aber gewalloppt. Das fang die bei mir auch an mit der Scheiße. Also, Dankeschön, wer auch immer das war, jetzt in den Aufnahmen, ey. Okay. Ich hab mich gerade zu Tode erschrocken. Hä? Warum? Was willst du? Boah, war das laut. Scheiß Alerts, Alter. Ich hab doch gar keine gebaut. Die sind richtig... Nein. OBS. Achso. Alter, war das laut. Hast du gerade einen Follower bekommen? Ja, keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung. Ich weiß nicht. Abo oder Follower. Das ist ja nicht so Twitch- Ja, das klingt doch auch auf Twitch, hallo. Äh. Hat nachgelassen, weil mir haben wir keinen Bock gehabt, mich damit zu befassen und die Zeit fehlt. Kann ich aber verstehen. Irgendwann mach ich das mal wieder. Leck, leck, leck. Jetzt. Leck, leck, leck. Leck, leck. Oh, Alter, ich hab da richtig Puls, ne? Ich hab mich richtig erschrocken. Wieso die Creeper machen jetzt so komische Geräusche? Wusstest du das nicht? Ich glaub, wie meine Twitch-Ereize. Genau. Wow. Gimme ID, ID, ID. Ich glaub, ein Steinbruchfisch. Diamante. Oh, wow. Ich hab noch nicht mal das Wort zu Ende gesagt, da waren schon keine mehr da. Oh. Ich tat er da. Sagt der, der nicht mal Minecraft spielen kann. Du? Ja. Ja, seid immer alle so gemein, ey. Also wirklich. Ich hab dich deinen Stichpunkt. Was? Leck, jetzt ist es eigentlich so. Ne, ich hatte gerade keinen. Doch, war aber. Ja, aber es tut mir leid. Ich hab nicht bemerkt, weil du gerade nicht am Abbauern bist. Ne, aber am Einsortieren hätte ich eigentlich bemerken müssen. Ne, tust du nicht. Nur am Abbauern. Ich weiß nicht, was du von mir willst. Nein, ich... Wenn du es, du kriegst, ist eigentlich der Kongstar, Alter. So. Eisen. Alle brauchen mehr Kohle. Das ist vielleicht die falsche Hälfte für Kohle, müssen wir ja. Oh, das Einsortieren ist natürlich immer so eine Sache, hab ich gehört. Ach ja, da war ja was mit Sortieren. Da wieder hoch. Alles klar. Also gehen wir ja schneller durch seinen Tunnel durch. Oh, ich hab zwei Ranches. Sonic, wolltest du dir eine nach Hause? Warum geht das nicht? Du weißt es nicht. Sorry, Sascha. Wunderheit, Sascha. Ich glaube, das mit den Frames hab ich gelöst. Durch die neue Installation. Nur mit dem Texture Pack klappt es jetzt nicht. Also liebe Leute, hier bei uns erfahrt ihr die Tutorials, wie ihr Minecraft wieder zum Laufen bekommt, wenn ihr einen scheiß Rechner habt. Have you tried to turn it off and on again? Ja, hättet ihr aber auch einen Provider angerufen und den selben Tipp bekommen. Das Problem ist dadurch, dass ich TechEd gelöscht habe, oder neu installiert habe, ist der Server bei mir aus dem Liste weg. Ich brauch die. Nein, die IP ist ja auch so schwierig. Ja, was weiß ich denn, wie sie ist? Bevorios, Pognitado, Pognit, kann eh keiner rauf. Er hat verraten. Gieee. Kann eh keiner rauf. Oh, verrat es doch nicht. Wenn die Leute jetzt noch wissen, wann wir aufnehmen. Hey, doch, die Leute kommen drauf, wenn die sich mit Mr. Horst 3 0 7 0 oder so eigentlich. Ist schon gebannt. Ach, schade. Wenn jemand nur Aesthetik heißt, ist er auch schon gebannt. Aber hast du die Leute gerade für den Dungen verkauft? Ja. Was? Dass sie nicht herausfinden, dass wir Donnerstagabend aufnehmen, oder was meinst du? Wir fangen so meistens gegen 19, 30 an. Ja. Manchmal auch 20 Minuten später, wenn bei einem irgendwie nur 15 Frames im Spiel laufen. Ja. Irgendwas geht immer schief am Anfang. Vor allem bei Sascha. Ah, so. Jetzt sind wir sehr unzuverlässig. Werden wir unsere Quantumrüstung endlich mal. Wie lange haben wir denn jetzt schon auf? Bauer, 19 Minuten. Echt wahr. Wir sind ja noch eine Minute vorabend, bevor du das fragst. Aber Amy ist ja dafür verantwortlich, diese Session. Genau, Amy. Hey, was? Wenn es zu kurze Folgen gibt, oder zu lange, müsst ihr euch bei Amy beschweren. Ja, Amy ist schuld. Wir können auch gerne in den Livestream von Amy gehen immer. Meistens Freitagabend. Und euch beschweren eh, warum sind die Folgen so kurz? Obwohl ich muss ja eh... Oh, bitte mit dem E. Wenn ihr das gut findet, dass es längere Folgen gibt, dann ist natürlich nicht Amy schuld, dann müsst ihr euch bei mir bedanken. Ich bin ein Idiot. Je nachdem, wie ihr das findet. Du mein Idiot. Wenn ihr es da so schlecht findet, könnt ihr euch gerne über Amy beschweren. Oh, leitet das weiter an uns. Ach so, was war ein Leck. Jawolleck. Mann, Sascha. Seid doch nicht immer so sexistisch. Wir sollten uns einen anderen Server suchen. Aber natürlich jetzt... Wir können ja aus Minecraft einfach Ico machen. Anders. Ach, Gameswitchen, Alter. Sieht das gut aus. Dann kaufen wir das Spiel gern gerne. Ne. Ne. Kannst ja von deinem... Da muss man aktiv sein bei dem Spiel. Richtig. Ahahaha. Der Texture Pack sieht schon ganz schön scheiße aus. Das ist richtig. Holy fuck. Wann. Warum habe ich im Vollbild... Ach, kein Sinn. Wann? Quann? 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 Ja, wein, na, ja. Ach, mein Jetpack, scheiße. Das fehlt noch. Ich wusste es. Warum freuen wir alles dafür? Ne. 3 Gold. So. So. Diamanten, okay. Krieg ich hin. Ist gar kein Problem. So. Keine mehr, sehe ich gerade. So, so, so. So. Und du. No swag. Das ist jetzt blöd. Ja, das ist jetzt. Ich habe wirklich, mir fehlt ein einziger. Einziger. Oh, das ist blöd gelaufen. Ja, irgendwie. Ich brauche eigentlich nur noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Alter, das ist ja mal richtig geil, ey. Okay. Warum? Hast du hier schon mal das Technik Launcher Log angeguckt? Ja. Formation, äh, Formatierung for the win, ey. Holy shit. Ich habe ein Notepad geöffnet. Ich habe es jetzt gerade mit dem Editor geöffnet. Sascha, hallo? Ich bin doch Informatiker. Wie kann man das dann mit Editor machen? Ich denke, es ist... Ja, siehst du? Unbesser. Sascha. Bitte. Oh Gott, der ist ja voll teuer, der Alarm. Ja, richtig teuer. Ja, hast du den Hauler oder den Industrial? Ja, aber die sind beide günstig, ist fuck. Ja, aber doch kein Scheiß. Dem sind die nur, sind die quasi gleich, außer die Farbe. Nee. Ja? Ja. Nee. Nee. Ja. Der eine wird aus dem anderen gemacht, so. Das hat mich voll, voll überfordert. Voll in meinem Leben. Ja, nur eine Kleinigkeit ist bei dem, glaube ich, anders, aber nichts Relevantes. Dreib mal so laut. Natürlich toll, was? Das wäre super. Könnte ich den einfach hier aufstellen bei mir. So, Eiseng. Haben Jogt, Leute, und so leid es mir tut. War es das für eine Folge. Ey, mir habe ich nicht daran gedacht.